Ein herzliches Hallo von mir an euch! Wir spielen wieder Home Sweet Home Survive. Und ihr seht, ich hab einen anderen Skin und ich hab einen Rucksack und... Wisst ihr, was ich rausgefunden hab? Dass ich ja mir Perks kaufen konnte. Heißt, ich hab zwei Sachen mit. Wenn ich krieche, regeneriert sich meine Stamina schneller. Und wenn ich solche Kisten öffne, geht das schneller, glaube ich. Oder ich glaube... Nee, das ist bei den... Bei den Item-Kisten geht das, glaube ich, schneller. Also bei denen hier. Gucken. Ah, kann sein, dass es... Ist diese Leiste kürzer? Weiß nicht. Oh mein Gott, der Pi. Wer bist du denn? Oh mein Gott. Was ist das für ein Killer? Hilfe! Ah, das ist die. Dann rennt er auch. Warum rennt er nicht? Hilfe! Boah, ein Feuerschock. Ist der... Das ist das, was ich hasse. Die wissen einfach den Weg. Oh, jetzt hab ich das Falsche getrunken. Ich wollte den Stab nehmen. Er hat mir extra den Stab zugeworfen. Habt ihr gesehen, was für gute Mates ich habe? Schließ doch die... Oh nein. Du solltest die Tür schließen, du Drops. Und die hier? Oh, der Rucksack ist ja cool. Someone picked up your soul. Oh, ich leb schon wieder. Good to know. Oh, ne Spritze. Ich hab übrigens... Die Tastenbelegung geändert. Und zwar... Kann ich jetzt endlich mit meiner DVD-Taste quichen? Yay! Wo muss ich mit der Nadel? Da. Da ist ja schon eine. Ich kann ihr helfen, dann geht's schneller, oder? Oh, oh. Sie geht halt... Ja, wow. Sackgasse. Ja. Hat sie mir geholfen. Weiß nicht. Sie hat mir was Gutes getan. Ich wollte mich gerade noch verstecken. Jetzt rennen halt. Warum? Warum fliegt ihr denn immer erst mal langsam? Sie weiß natürlich jetzt wieder, wo ich rauskomme. Seht ihr? Oh, das ist immer so... Oh, und hier ist... Wieder. Okay. Das war eine kurze Runde. Ich versuche noch eine Runde. Wir sehen uns gleich wieder. Gut. Neue Runde, neues Glück. Die Map gefällt mir immer ein bisschen besser, muss ich sagen, als diese Indoor-Krankenhaus-Schule, was auch immer. Die im Sumpf, die mag ich... mehr. Mag ich... Wir öffnen hier erst mal die ganzen Kisten! Ist Holy Water besser als... Eigentlich ist ein Energy-Drink besser, ne? Was pingen die denn hier die ganze Zeit? Klick, 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 klick. Das ist ne Trap. Kaufen alle rum wie aufgescheuchte Hühner. Wo dort hinten macht eine ein Ritual. Man kann sich leider an den Kisten nicht komplett umgucken. Also man hat nur nach vorne die Sicht. Chaplet. Ist das leider nicht mehr im Kopf, was das ist. Ist ja schon ne Weile her, ne? Als ich... Natürlich trifft die mich noch. Kriech mal. Weil dann recovert sich meine Stamina ja wohl mehr. Nee, ich muss zu dem Orangenen-Ding. Was nicht. Hilfe! Der Spektor ist da. Musst du dem Orangenen. Nein, das aussieht wie gelb, was ich hier einstecken hab. Kann ich da hin? Krieche? Weil wir es kriechen, das ist halt auch... Mega gut versteckt. Oh, das ist das Richtige hier. Hier zählt das Gelb. Gott, das dauert ja Jahre. Bitte, 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 bitte. So, und sie weiß, wo ich rauskomme. Das ist doch voll gemein. Sie portet sich ja direkt wieder zu mir. Oh, oh, sterbe ich jetzt? Diese Verzögerung dann immer. Irgendwie. Kann mir jemand helfen? Oh, oh. Okay, ich bin noch nicht ganz tot. Ne? Also, die können ja meine Seele... Ja, genau, die können meine Seele ja noch retten. Oh, nein. Diese Rituale, das dauert halt echt Ewigkeiten. Mal sehen, ob mich mehr retten kommt. Was ist denn du hier? Erstmal dem Kleine gezimmert. Kommt nicht mal jemanden zu retten? Vielleicht? Vielleicht? Ja. Cool. Nicht da, wenn der... Nicht, wenn der Killer da ist. Der Killer geht auf mich. Killer ist Tunnel und ich bleib hängen. Wow. Okay, also Tunnel. Wir hatten ja letztens den Camper. Und diesmal hatten wir den Tunnel. Alles wie bei dbd. Ja, gut. Dann haben wir zwei kurze Runden heute gesehen. Ich sag einfach mal direkt Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Oh, wartet mal. Wir gucken uns mal kurz Punkte an. Ob ich wenigstens irgendwas Sinnvolles getan habe. In der Runde. Ich glaube eher nicht. So, zeig mir meine Punkte. Vielleicht werde ich wenigstens Level 3. Das wäre ja mal schlimm. Ich bin irgendwie immer noch Level 2. Und ich komme auch einfach nicht vorwärts. 105 Punkte immerhin. Geht schlimmer. Ihr habt Longest Decoy Time. Highest Damage dann. Highest Damage dann? Ich? Wann habe ich denn Damage gemacht? Okay, keine Ahnung. Also, ihr Lieben. Wir sehen uns ja gern in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin bleibt gesund. Habt euch ehren. Macht euch wohl. Wie heißt das? Ich weiß es nicht. Bye bye. Adieu. Tschüss. Tschüss.